Hallo, wieder da, ja, ähm, ja, ähm, was haben wir heute dafür, ähm, für unseren Kanal, ähm, ja, eine, wie heißt die Welt, äh, Fahrzeug und Kampf heißt die Welt, ähm, pff, wir haben keine Kampfmaschinen gebaut, äh, ein riesen Schlachtschiff, was auf der Karte ein bisschen lang aussieht, ein noch werdendes, was soll das sein, ach, vergiss es, ich hab's vergessen, ähm, eine Enterprise, wie's aussieht, ne? Ja, genau, eine Enterprise. Scheiße, dann fangen wir doch gleich mal an, okay, ähm, das war mal ein Hubschrauber, der wurde zersprengt, ein Düsenjet, und wenn ihr raten wollt, er ist wieder von Bob Widerman, ja, er kann schon gut bauen, muss ich sagen, ja, Ja, der ist auch von Bob, ja, ja, ist er, dann hier, zwei Kampfroboter, die sehen zwar nicht sehr handlich aus, haben aber ein Cockpit, also man kann einsteigen. M30, hm, ja, so nenne ich ihn, also man hat nicht sehr direkt, ähm, ach, wie heißt's, nicht sehr direkt, pff, Sicht, aber egal, so, ähm, Panzertests haben wir hier durchgeführt, Wir haben verschiedene Arten von Panzern gebaut, es wäre dieser hier, nun, ach, ich hasse das, mit Leitern, das ist so eine Sache, hinten und vorne, zwei Eingänge zumachen, brauchen wir sie nicht, greifen uns das sowieso, keine Ahnung, ein Bombenhubschrauber, ich, ich, ich klappe, ich klappe jetzt jedes Fahrzeug nachher nach ab, ist mir egal, ähm, hier, ein Bombentransporter, Flugzeug, Ähm, wenn man in Survival ist und irgendwie hier hochkommt, vielleicht mit der Enderpearl teleportieren, wenn's das irgendwo im API gibt, ähm, teleportiert man sich hierher, nimmt ein Feuerzeug, zündet das an, und es fällt nach drunter, es ist wie ein Bombenflugzeug, wie gesagt. Ja, hier haben wir nun einen Panzer, das ist, ja, der ist noch ein bisschen größer, noch ein bisschen andersfarbig, hat meine Lieblingserfindung an TNT-Kanonen hier, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die demonstrieren kann, die hab ich in einem meiner Videos schon mal gezeigt, hm, ich, ich probier's mal, hm, oh, scheiße, ah, scheiße, ist nichts passiert, ist nichts passiert, oh, es ist wirklich nichts passiert, geil, es ist nichts passiert, na, ein bisschen was, aber egal, ein Kistentransporter, ähm, der hat hier, oh, sieht nicht sehr besonders schön, oh, oh, scheiße, Alter, ist das ein kühler Grill, ich würd's nur sagen, naja, man hat, ein bisschen, es ist halt gut, wenn man sneakt, dann sieht man die Person nicht in dem Wagen, so, das ist mein Bomben Truck, deswegen ist hier auch das Obsidian hingebaut, ähm, das, wegen der Kanone hier, die, man stellt das Fahrzeug irgendwo hin und schießt damit dann raus, der nächste Panzer haben wir hier, der ist, ja, ein Panzer, nochmal, der ist genauso gut wie der andere, bloß, dass der nicht schießen kann, nicht so schießen kann, ähm, dieser hier ist wieder von Bob Widerman, es ist, äh, ja, sagt in den Kommentaren, welcher davon besser ist, der, oder der da drüben, bestimmt der hier, ja, aber, schreibt's einfach mal rein, ähm, ja, das ist doch, das ist doch schön, find ich doch, oder? Das ist, äh, naja, es ist ein, es ist ein, Hochsicherheitstransporter, würd ich mal sagen, das ist ein Panzer von Bob Widerman, der ist doch viel, äh, größer, irgendwie höher, ne? Haaah, ja, noch eins, ein, ich weiß es nicht, ne, das weiß ich nicht, das sind so komische Raumschiffe hier, ein Flugzeug, vorne, das sieht voll hinten komisch aus, ein Raketenauto, ein Truck, wenn ihr sagt, wie findet ihr ihn? Schreibt's auch in die Kommentare, das ist, naja, so schlimm ist er doch gar nicht, äh, das sollte, glaub ich, meine Feuerwehr werden, ja, das sollte meine Feuerwehr werden, ein Bus, ein paar Schiffe, und da kommen wir auch schon zu unserem riesigen, Bombenfahrzeug? Ich würde mal sagen, das ist, ähm, ja, sagen, sehr, lang, ja, ähm, ich habe jetzt keine Lust, ihn von innen zu zeigen, es ist zu viel Arbeit, aber sagt mir in den Kommentaren, ob ich, es vielleicht doch noch von innen zeigen sollte, das sollte, glaub ich, mein, Dreuzfahrtschiff werden, mhm, Raumschiff, ein schönes, großes, keine Ahnung, also es sieht, es sieht irgendwie geil aus, irgendwie finde ich's geil, ja, das ist der Aufstieg in ein, hm, nee, in ein Raumschiff, das ist der Anfang gewesen, ich wollte es mal wie in der Enterprise aussehen lassen, und da kommen wir auch schon zur größeren Variante, eine, so ein bisschen gebaute Enterprise, oh mein Gott, meine Nachtsichtliste nach, die, könnte ich vielleicht mal die Brücke zeigen, und vielleicht den Maschinenraum, da wir jetzt schon mal hier hinten sind, zeige ich den Maschinenraum, ach, genau, ähm, so sieht's dann oben aus, das ist der Reaktorkohr, ja, ich weiß, keine Niederreaktorköhre drin, aber, ich hätte dafür einfach keine Lust, hier oben kann man anlaufen, sind noch ein, an, ja, noch ein paar Motoren dran, irgendein Konferenzraum, oder irgendein anderer Raum halt, wenn man hinter die Wände gucken würde, man würde's nicht glauben, hier ist noch so viel Platz, dort, oh, scheiße, da geht's mal runter, so, das ist die große Brücke, also, man kann nicht besonders gut rausgucken, das muss ich, das muss ich sagen, man kann nicht sehr gut rausgucken, eigentlich kann man gar nicht rausgucken, wenn man das mal so sieht, ist das extrem riesig, ich sag's nur, extrem riesig, ja, äh, dann warte mal, dann geh ich hier mal raus wieder, dann kommen wir zum nächsten, ich, ich hab keine Ahnung, was das sein soll, schreibt mal, ob die, ob dieses Fahrzeug irgendwie, nach irgendeinem Fahrzeug aus Star Trek noch aussieht, es ist, ähm, fett, voller scheiß Antrieb, aber es sieht irgendwie aus wie eins aus Star Trek, ich mein, ich kenn mich mit den Filmen nicht so gut aus, aber, ich kann schon mal sagen, dass es ein bisschen so aussehen könnte, Lava Becken, mhm, ah, das sind ja die Chöre, aber leider ein falsches Raumschiff, kann der Maschinenraum sein, hier, hinten, komm, ja, ganz schön dunkel, mhm, ganz schön dunkel, ja, ähm, ich würde mal sagen, hiermit ist die Folge beendet, und schaut mal einfach mal rein in die Beschreibung, ja, und damit sag ich, Tschüss, bis zum nächsten Mal.